Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Spezial des Grünhorn Academy Podcasts. Mein Name ist Nellin Hervig und in diesem Spezial soll es diesmal um die Rolle und Bedeutung von medizinischem Cannabis beim Sport gehen. Cannabis hat in den letzten Jahren auch zunehmend Aufmerksamkeit in der Sportwelt erlangt. Während einige Athletinnen und Athleten es als nützliches Hilfsmittel betrachten, stehen andere den potenziellen Risiken und rechtlichen Problemen skeptisch gegenüber. Cannabis, allen voran die Hauptbestandteile THC und CBD, können insbesondere nach dem Sport unter anderem zur Schmerzlinderung, Entzündungshemmung, Regeneration, Stressreduktion und Erholung eingesetzt werden. Ein Runner's High, das bei Ausdauersport auftreten kann, führt oft zu Euphorie und geringerer Ängstlichkeit. Lange Zeit wurde angenommen, dass dies durch die erhöhte Ausschüttung von Endorphinen, sprich den körpereigenen Opioiden, verursacht wird. Wissenschaftler haben jetzt jedoch in einer Studie gezeigt, dass dieser Effekt auf die Endokannabinoide zurückzuführen ist. Im Rahmen des Profisports ist die Einnahme von medizinischem Cannabis eingeschränkt. Die THC steht aufgrund der potenziell leistungssteigernden Wirkungen auf der Verbotsliste der Welt-Antidoping-Agentur. Nicht aber CBD. Doch wie verwenden Freizeitsportlerinnen und Sportler medizinisches Cannabis in ihrem Trainingsalltag? Und welche Erfahrungen haben sie damit gemacht? Darum soll es in den nächsten Folgen des Sportspezials gehen. Den Anfang macht Stefan. Er erzählt uns von seinem Weg zur Bewältigung der chronischen Schmerzen und wie er die positiven Effekte von Cannabis zur Bewegung nutzt. Hallo Stefan, ich begrüße dich zu der heutigen Folge, in der es ja hervorragend um Cannabis und Sport gehen soll. Bevor wir da starten in das Thema, würde ich dich bitten, dass du dich ganz kurz selbst vorstellst und etwas über deine Krankheitsgeschichte erzählst. Ja, hallo Nadine. Vielen Dank, dass du, Oleg, mich eingeladen habt. Ich bin Schmerzpatient, wobei ich die Bezeichnung Schmerzpatient immer ein bisschen hart finde. Ich habe vor vielen Jahren eine Zahnfleischentzündung gehabt und die Entzündung hat sich in einer sehr stressigen Phase chronifiziert. Und es ist jetzt also nicht so, dass ich ständig quasi eine Entzündung im Mund habe, sondern ich habe lediglich quasi noch dieses Brennen oder diesen Schmerz, der hat sich quasi einfach festgesetzt. Und ja, mit dem lebe ich mal besser und mal schlechter und seitdem ich eine Cannabis-Therapie mache, lebe ich viel, viel besser damit. Wie hat sich das so ausgewirkt auf dein Leben? Einfach diese Beeinträchtigung? Ja, also die ersten Jahre war das relativ anstrengend, weil man natürlich auch von Arzt zu Arzt tingelt und keiner so richtig genau weiß, was das jetzt eigentlich ist. Ich war natürlich auch bei Schmerzmedizinern, die, ich kann mich da noch an eine Unterhaltung ganz konkret erinnern, wo ich dann so nachgefragt habe, ja, inwiefern sie mir denn jetzt helfen kann. Und sie meinte dann, ja, sie kann mir eben Tilidin verschreiben und meine Rückfrage war dann, ja gut, eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Und die Antwort war dann, nee, was anderes habe ich nicht für sie. Und ich habe das dann natürlich ausprobiert und habe aber relativ schnell festgestellt, dass das überhaupt nicht das ist, was ich nehmen möchte. Ich hatte da ein ganz, ganz miserables Körpergefühl, also so eine Selbstkörperwahrnehmung, die war einfach total, total miserabel und das hat mir gar nicht gepasst. Deswegen kam das für mich ganz schnell überhaupt nicht mehr in Frage. Und ich hatte auch ein paar Sitzungen bei den Psychologen, wo man versucht hat, an die Thematik ranzukommen oder besser damit umzugehen. Und das waren, also eigentlich waren viele Sachen nicht erfolgreich, ein paar Sachen waren ein bisschen erfolgreich. Und ich habe dann irgendwann, das war 2015, also schon ganz lange her, habe ich dann eigentlich aufgehört, zu Ärzten zu gehen und habe damit gelebt mit den Symptomen, die ich habe. Und da war es tatsächlich dann so, dass es mal besser und mal schlechter war. Ich habe relativ viel Sport gemacht auch, weil ich durch Sport auch immer einen Einfluss darauf nehmen konnte, auf die Schmerzsymptomatik und habe dann auch in den letzten Jahren, irgendwann 2019 ungefähr, habe ich angefangen, auch ganz stark mit Ernährung zu arbeiten. Und habe total lange gebraucht eigentlich, um von Cannabis als Medizin mitzubekommen. Das war erst 2023 im Herbst, wo ich mich quasi auf den Weg gemacht habe, in die Cannabis-Therapie. Ich hatte schon Monate davor über soziale Netzwerke davon erfahren, habe aber ganz lange überlegt, weil ich eigentlich keine große Lust hatte, da nochmal mit diesen ganzen Nachweisen zu Ärzten zu rennen und denen zu erzählen, was ich für ein Problem habe. Und mir dann anhören zu müssen, ja, sie sind austherapiert, wir können das versuchen und das war mir immer irgendwie ein bisschen zu doof. Und dann im Herbst habe ich es dann doch gemacht und das hat auch funktioniert. Und es war absolut eine super Entscheidung, weil es wirklich einen riesen Einfluss auf meine Symptomatik hat und ich seitdem noch besser quasi damit leben kann. Und ja, definitiv eine richtige Entscheidung, das zu machen. Bevor wir gleich einmal darauf kommen, was sich bei dir verändert hat, was würdest du denn sagen, welche Rolle spielt denn Sport so in deinem Leben oder was machst du überhaupt für sportliche Aktivitäten und wie hat deine Krankheit da einen Einfluss drauf gehabt? Ja, also ich habe Sport studiert, das heißt, ich habe schon immer viel Sport gemacht und ich habe anfangs viel Ausdauersport gemacht. Also ich habe schon immer viel Ausdauersport gemacht und als die Symptomatik dann aufgebrochen ist, eigentlich noch ein bisschen Verstärktes gemacht, weil ich gemerkt habe, dass ich darüber eigentlich ein bisschen einen Einfluss darauf gewinnen kann. Ich kann, nennen wir es Schmerzzentrum, einfach durch Ausdauerleistungen wird das Schmerzzentrum jetzt bei mir zumindest ein Stück weit einfach langgelegt. Ich habe während den Aktivitäten weniger Probleme und auch danach ist es häufig besser und deswegen war das schon immer ein wichtiger Bestandteil in meinem Leben einfach auch, um mich selbst so auszubalancieren, einfach um so im Flow zu bleiben, um mich gut zu fühlen. Welche Erfahrung hast du denn jetzt mit der Verwendung von Cannabis im Zusammenhang mit Sport gemacht? Würdest du sagen, da hat sich jetzt irgendwas verändert? Bist du jetzt leistungsfähiger? Geht es besser? Geht es schlechter? Wie ist das so mit Erholung? Ja, das ist eine total spannende Frage, weil man ja so denken könnte, so ja, wenn du jetzt Cannabis nimmst, da liegst du nur noch auf dem Sofa rum und bist irgendwie so bequem. So dieses Bild von dem Kiffer, was man so quasi hat, was sich so in den letzten Jahrzehnten oder im letzten Jahrhundert ja fast schon festgesetzt hat. Das ist ja auch diese berühmte Stigmatisierung, von denen alle sprechen und also dem ist gar nicht so in so einer Therapie. Es gibt ja verschiedene Blüten, die verschieden wirken und wenn ich jetzt quasi nur Blüten konsumieren würde, die mich quasi schläfrig machen, dann würde das Bild natürlich sofort stimmen. Und dann hätte ich keinen besonderen Antrieb. Es gibt ja aber auch Blüten, die einen eher aktivieren. Und deswegen ist es natürlich super entscheidend, was nehme ich wann ein. Also tagsüber natürlich einfach was Belebendes. Und dann ist es auch überhaupt gar kein Problem, Sport zu machen. Und es ist tatsächlich auch so und das wollte ich eigentlich früher auch nie glauben. Ich habe da die Olympischen Spiele immer belächelt über ihre Doping-Regularien, wenn sie gesagt haben, ja, jetzt hat hier Sportler XY, es waren meistens, glaube ich, Snowboarder oder Skateboarder oder andere Sportarten, die damit eben halt irgendwie was zu tun haben. Ich musste da immer lächeln, wenn es hieß, ja, der wird jetzt gesperrt, weil irgendwie wurde THC bei ihm im Blut gefunden. Da dachte ich, ja gut, also wie soll das jetzt bitte leistungsfördernd sein? Und es ist aber, es ist wirklich so, also ich habe es bei mir selbst beobachtet, wenn ich Leistungssport mache und vor der Therapie hatte ich häufig Probleme, dass ich mir, nehmen wir einfach mal einen Anstieg auf den Berg mit dem Fahrrad oder aber auch laufenderweise, dass man dann quasi unten raus zu schnell überpacet. Ja, also man verpulvert so seine Energie, seine Leistungsfähigkeit schon direkt unten und kommt dann oben eben zu erschöpft an und das Ziel ist noch in weiter Ferne und hat dann einfach nicht mehr so viele Körner übrig. Und Cannabis kann da tatsächlich helfen, dass man mehr bei sich bleibt, ja. Ich war da selber total erstaunt, aber es ist wirklich, also es ist auch, es ist auch da ein absoluter Zugewinn und man kann wirklich auch von einer Leistungssteigerung sprechen. Und deswegen steht es zu Recht auf der Dopingliste, ja. Ja, das finde ich, ist eine total spannende Erfahrung, die du da gemacht hast und das ist ehrlicherweise auch was, was ich jetzt noch so, also das ist mir noch gar nicht so begegnet oder das habe ich noch gar nicht so gelesen. Das ist ein wirklich auch so, ja, wie du sagst, dieses bei sich, bei sich bleiben, dass man sich das gut einteilen kann am Ende ja auch. Das hatten einige schon gesagt, dass es so ein bisschen was mit der Motivation zu tun hat, aber diese Form der Leistungssteigerung ist, glaube ich, auch ein ganz spannender Effekt, der sicherlich vielen noch wirklich unbekannt ist. Wie integrierst du denn Cannabis jetzt in deinen Alltag beziehungsweise auch in deine sportliche Routine? Also ich verdampfe in der Regel drei bis vier Mal am Tag und mache es häufig allerdings erst so ab dem späten beziehungsweise frühen Nachmittag. Und bei mir verhält sich das so, dass wenn ich quasi ab Nachmittags verdampfe, lade ich so mein Cannabinoid-System quasi voll und bin dann am nächsten Tag dann eigentlich auch beschwerdefrei bis wieder zum späten Nachmittag. Und insofern habe ich es bisher jetzt noch nicht so häufig gemacht, dass ich direkt vor dem Sport verdampft habe, sondern eben wenn, dann danach. Aber natürlich merke ich am nächsten Tag, wenn ich viel verdampft habe, dass ich quasi immer noch so eine gewisse Restwirkung habe. Also nicht nur mein Cannabinoid-System ist vollgeladen, sondern ich habe schon auch einfach noch so eine, ja, schwierig zu beschreiben, also ich merke eben, dass ich Blüten konsumiert habe, ja. Also ich bin ja nicht irgendwie noch psychoaktiv unterwegs, aber mein Körperempfinden sagt mir einfach, okay, da ist noch was in deinem Körper unterwegs, was dich jetzt positiv beeinflusst. Und ja, und insofern merke ich es dann eben beim Sport, eben das, was ich dir gerade erzählt habe, dass ich da einfach super noch dann bei mir bin einfach. Und was auch noch vorhanden ist, ist noch was anderes. Seitdem ich, seitdem ich die Therapie mache, habe ich ein Stück weit auch noch ein sensibleres Körperempfinden entwickelt, bedeutet, ich mache aktuell mehr Krafttraining, weil ich merke, dass wenn ich mich irgendwie in einer Situation beim Austauschport zu sehr belaste und ich dann, und es zwickt mich dann irgendwo, dann stirbt mich das, stirbt mich das noch mehr, ja. Und ich führe das auch zurück auf die Blüten, also die einfach so das Körperempfinden nochmal verschärft haben, nochmal verstärkt haben. Und um hier quasi einfach irgendwie einem muskulären Ungleichgewicht quasi entgegenzuwirken, mache ich aktuell deutlich mehr Krafttraining. Ich finde, das ist so was total Individuelles irgendwie, ja. Also jeder macht da irgendwie andere Erfahrungen. Der eine nimmt die Blüten und merkt, dass es ihn irgendwie total pusht und er sich bewegen möchte, weil er jetzt eine super belebende Blüte verdampft hat. Und bei mir ist es so ein bisschen anders. Ich mache es nicht direkt vor dem Sport, sondern ich nehme das einfach so diesen Flow so ein bisschen mit und spüre so kleine Feinheiten, so kleine Veränderungen einfach, ja. Und ja, ich finde es auch total interessant und es ist auch mein Arzt, wenn ich dem davon erzähle, der sitzt auch immer staunend da und findet es auch total spannend, weil es ist so was super Individuelles und ich kann nur jedem empfehlen, der in irgendeiner Form gesundheitliche Probleme hat und Cannabis da eventuell hilft, dass da niemand irgendwie zurückschreckt oder sich abschrecken lässt. Das ist wirklich, also es ist eine super Medizin, die bei total vielen Sachen hilft und eigentlich super wenig Einschränkungen mitbringt, also Nebenwirkungen. Jetzt hast du mir im Vorgespräch noch erzählt, dass auch Ernährung bei dir jetzt eine ganz große Rolle spielt. Das heißt eben, also Cannabis-Therapie, die deine Schmerzen vor allen Dingen lindert, dem Sport, den du da auch so ein bisschen als ausgleichssicherlicher brauchst, spielt auch Ernährung eine ganz wichtige Rolle. Kannst du uns das ein bisschen näher erklären? Ja, also ich habe schon vor der Therapie immer ganz stark darauf geachtet, dass ich die 16 zu 8, also Intervallfasten mache und das mache ich aktuell auch immer noch. Habe jetzt nochmal ein bisschen verstärkt auch nochmal drauf geachtet, weil ich auch zusammen mit meinem Arzt diese Ganzheitlichkeit nochmal thematisiert habe. Habe das schon zu Beginn der Therapie so ein bisschen schleifen lassen, auch bedingt dadurch, weil die eine oder andere Blüte natürlich appetitanregend ist. Und das habe ich aber mittlerweile super in den Griff bekommen, indem ich da einfach CBD beimenge und das CBD reduziert einfach den Appetit und ich kann mittlerweile wirklich super verdampfen, ohne direkt an den Kühlschrank zu rennen und mir Nahrung zu holen. Und ja, also es soll heißen, also ich mache Intervallfasten, verdampfe aber trotzdem mit Hilfe von CBD und THC-Blüten. Und neben dem Intervallfasten achte ich super auf eigentlich auf alles, was ich esse, weil auch das wiederum quasi direkten Einfluss hat auf meine Symptomatik. Und ich glaube auch, dass das ein ganz wichtiger Aspekt ist für viele, die gesundheitliche Beschwerden haben, dass wirklich die Ernährung so einen riesen, riesen, riesen großen Einfluss hat auf Krankheitssymptome oder auf Krankheiten im Allgemeinen. Bei mir gibt es also ganz viel Gemüse, ganz wenig Fleisch, ganz wenig Fisch. Es gibt keine Milchprodukte, es gibt super, super wenig Zucker bei Milchprodukten, wenn dann nur mal Käse, weil er einfach lecker ist. Aber ja, also das ist wirklich super wichtig. Ich habe da auch ein ganz tolles Buch empfohlen bekommen von meinem Arzt und zwar ist das von Professor Dr. Andreas Michalzen, das heißt mit Ernährung heilen. Und der stellt in dem Buch super dar, wie groß der Einfluss von Ernährung ist und welche Nahrung gesund für uns ist. Und wenn man sich daran hält, reduziert man die Beschwerden, die man hat. Und ich glaube wirklich ganz arg viele Beschwerden, weil er auch in dem Buch von vielen Beschwerden redet, die dadurch stark beeinflusst werden können. Also ich habe es auch noch mal geschafft, dadurch meine Beschwerden zu reduzieren. Und das hat mir total geholfen. Ich glaube, das ist ein ganz wertvoller Tipp und der unterstreicht auch einmal mehr diese ganzheitliche Therapie. Am Ende ist ja auch der Ansatz mit Cannabis eher ein ganzheitlicher, da wir ja nicht nur lokal eine Wirkung haben, sondern das Endokannabinoid-System natürlich sehr verbreitet ist im Körper, an sehr unterschiedlichen Organen, an unterschiedlichen Organsystemen beteiligt ist, dort an sehr vielfältigen Prozessen. Und insofern kann ich dir nur zustimmen, dass wir da ganz unterschiedliche Effekte im Körper hervorrufen können und all diese kleinen Bausteine zusammen natürlich zu mehr Lebensqualität letztlich natürlich führen. Ja, absolut. Aber was auch noch interessant ist, seitdem ich auf die Ernährung so stark achte und auf dieses Intervallfasten nochmal so stark in den Vordergrund gestellt habe in meinem Leben, muss ich weniger verdampfen. Also das Cannabinoid-System ist natürlich viel empfänglicher für die Cannabinoide, die man ihm zufügt, wenn weniger Stoffe unterwegs sind, die irgendwie das so ein bisschen abblocken. Also so war die Erklärung von mir und so hat es mein Arzt eben auch erklärt. Ich bin so aktuell bei 0,1 Gramm, was ich so in eine Kapsel reinmache und da ist immer noch CBD dabei. Also es ist wirklich, es ist fast schon so Microdosis mäßig und ja, also es funktioniert hervorragend. Und umso schöner, dass es für dich so gut funktioniert, dass du trotz der chronifizierten Schmerzen so gut jetzt leben kannst und offensichtlich ja keine Einschränkungen mehr spürst in dem, was du tun möchtest und einfach wieder alles tun kannst. Ja. Das ist doch das, was am Ende das Ziel sein sollte. Genau. Und man kann es auch in Zahlen auch nochmal festhalten. Ich war vor der Therapie ungefähr bei, also wenn man von 1 bis 10, 10 ist schlimm, gehen würde, war ich vor der Therapie ungefähr bei 6, 7, 6 bis 7 von 10. Und ich bin jetzt aktuell bei 0, manchmal bei 1 von 10. Und das ist einfach, also das ist einfach so bahnbrechend und so gigantisch, dass eigentlich jeder, der da draußen am Überlegen ist, ob es ihm hilft, auf jeden Fall den Versuch unternehmen sollte, es zu wagen, weil man hat nichts zu verlieren. Und ich persönlich kann nur das empfehlen, das zu machen. Stefan, das ist eine ganz tolle Nachricht. Ich freue mich sehr für dich, dass das so gut funktioniert, dass du so gut mit deiner Cannabis-Therapie hinkommst. Ich wünsche dir alles Gute für dich, für deine Familie, privat, beruflich, in allen Bereichen, dass alles so gut weiterhin läuft, dass alles weiterhin klappt und sich die ein oder andere Ziel für die Zukunft vielleicht auch noch für dich erfüllt. Und ja, alles Gute. Vielen Dank. Das war sie, unsere erste Folge des Sportspezials. Bei Stefan steht neben der Cannabis-Therapie, der Sport, die Bewegung, aber auch die bewusste Ernährung im Fokus der Linderung seiner Beschwerden. Er hat dank des ganzheitlichen Ansatzes wieder zu einer sehr hohen Lebensqualität gefunden und möchte nur noch andere ermutigen, sich gemeinsam mit ihrem Arzt, mit medizinischem Cannabis als mögliche alternative Behandlungsoptionen auseinanderzusetzen. In der nächsten Folge wird uns Tim berichten, wie er dank Medizinal-Cannabis wieder annähernd schmerzfrei, fit und somit in ein aktives Leben zurückgefunden hat. Ich wünsche Ihnen alles Gute und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einhören. Bis bald. Ich wünsche Ihnen alles Gute und 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 ich wünsche Ihnen alles